Die Firma Roth in der Blüdemann-Gasse ist der Spezialist für die perfekte Badezimmergestaltung und bietet von der Planung bis zur Fertigstellung alles aus einer Hand. Egal ob es sich um eine Badsanierung oder Neugestaltung handelt, Roth übernimmt von der Beratung vor Ort über die Planung, Demontage, Installation bis hin zur Endmontage von Armaturen und Accessoires die komplette Gestaltung jedes individuellen Badezimmertraums. Besondere Vorteile erwarten die Kunden am großen Aktionswochenende vom 22. bis zum 25. September. Rabattaktionen laden zum Gustieren ein. Bei der Lange Nacht des Bades am 22. September gibt es zusätzlich eine musikalische Untermalung sowie kulinarische Verwöhnung bis 22 Uhr. Am großen Rot-Aktionswochenende bieten wir unseren Kunden die einzigartige Möglichkeit zu einem Preisvorteil von 35% Rabatt auf alle Waschtischmöbel, Fliesen und Waschbecken das Badezimmer neu und zeitlos schön einzurichten. Zusätzlich gibt es bei der Lange Nacht des Bades die Möglichkeit auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten im Schauraum in der Blüdemann-Gasse zu gustieren. Auf Kundenwünsche wird bei Roth individuell eingegangen und so können Badezimmermöbel in verschiedenen Maßen, Farben und Fronten angefertigt werden. Besonderes Highlight dabei sind die Original Esprit Badezimmer, die das morgendliche Styling modisch unterstützen. Denn die Marke Esprit gibt es nicht nur zum Anziehen, sondern auch zum Wohnen und Wohlfühlen. Unsere Badezimmermöbel orientieren sich an der aktuellen Modebranche. Hochglänzende Lackfronten in ausdrucksvollem Weiß, Rot oder Schwarz oder Holzdeko-Oberflächen machen dabei nicht nur im Bad eine gute Figur. Hochschränke in unterschiedlichen Breiten und Höhen, ausgestattet mit Laden oder Waschtisch-Unterschränke mit Accessoire-Boxen zum Herausnehmen sorgen für einen individuellen Stauraum im Badezimmer. Aber was wäre das perfekte Bad ohne die dazupassenden Fliesen? Auch in diesem Fall bietet Roth Modetrends fürs Badezimmer. Besonders hoch im Trend liegen Versace, Villaroy & Boch sowie Fliesen in Lederoptik. Voll im Trend sind auch Fliesen-Großformate mit bis zu drei Meter mal einen Meter, die also eine Fliesenstärke von drei bis maximal fünf Millimeter haben, die es in verschiedenen Farbtönen und mit geschnittenen Kanten gibt. Neben den Rabattaktionen und der langen Nacht des Bades gibt es am Aktionswochenende vom 23. bis zum 25. September auch ein Bauherren- bzw. Baufrauenfrühstück, um reichlich Energie für bevorstehende Projekte zu tanken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017